Heule, grüße, liebe Oberland dabei, Leser und Inden und in dem Fall auch Schauger. Ich bin Sir Luis von Ullten aus Südtirol, gell. Ja, normalerweise war ich jetzt auf Tournee, aber ich schaue so auch gesagt, warte, ja, der muss halt in Herbisch, gell. Hilft ja nicht, gell. Der Nachbar hat auch gesagt, na, die furchtbaren Corona-Zeiten, noch hin, noch her und gejammer, noch nix hat er. Und ich sag, jammern hilft nicht, weil wenn jammern helfen würde, mach ich das Beste draus, gell. Jetzt hab ich, weil man oft mal ein bisschen langweilig ist, bin ich da grad in der Werkstatt, heut dann ist mein Auto einfach das Dach hochgeschnitten, schau. Gell, schau. Ja, schau, geh nicht so leicht aus, gell. Ja, und da, ja, und weil es kommt weder Sonnen rum mit dem Klimawandel, brauchst auch kein Dach mehr, gell. Und in Herbisch, hoffentlich, bin ich auch nimmer allein, ich bin grad immer gemeldet beim Bachelor, gell. Und da hab ich extra, weil ich nicht weiß, ob die Rosenverkäufer noch, und nachher auf dem Weg sind, hab ich mir selber als Speck eine Rose gepastelt, gell. Jetzt bin ich statt der Bachelor der Speckler. Gut, ja, wie gesagt, mach's das Beste draus aus der Zeit, nicht ganz verdreßen, es kommt bald wieder in Schwung. Vielleicht seh ich mir jetzt mal Pferdeck. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017